Ich habe Jugendlichen eine Perspektive gegeben. Knapp zwei Millionen Mal wurde mein Video über die Plus-Mint-Internate angesehen. Doch die Frage ist, hat sich dadurch jetzt auch wirklich irgendjemand dort beworben? Herzlich willkommen am Birklehof. Wir checken das jetzt. Der Birklehof mitten im schönen Schwarzwald ist eines von sechs Plus-Mint-Internaten. Hier treffen wir die schlauesten Nachwuchsköpfe Deutschlands. In den Internaten geht es nicht nur um die naturwissenschaftliche Ausbildung, sondern vor allem auch um Persönlichkeitsbildung. Wie lerne ich zu präsentieren, Probleme zu lösen, wie trägt man Verantwortung? All das lernst du hier. Insgesamt gab es dieses Jahr 110 Bewerbungen. Doch wie viele davon durch mich? Du bist die? Johanna Was ist dein Lieblingsfach? Mathe und Informatik Wie bist du auf Plus-Mint gekommen? Durch Wissenswert Durch Wissenswert Durch Wissenswert Insgesamt haben sich von den 110 Bewerbungen etwa 65 nur durch dieses eine Video beworben und die meisten davon wurden jetzt auch wirklich genommen. Schickt das jemandem, der unbedingt auch hierher muss.